Der Ben bald sehr viel pennt, so wie der Bär, wenn er dann sich mal zur Winterruhe zurückzieht. Ja, die Motivation meinerseits neigt sich dem Ende entgegen. Aber, das ist ja nicht so schlimm, wir haben es ja fast geschafft, die Weihnachtsfeier morgen, das ist ja jetzt kein Spoiler, das wisst ihr ja, dass das kommt, habe ich ja schon angetönt, dass wie immer die traditionell langweilige Weihnachtsfeier auch noch stattfinden wird, bei der nichts wirklich Erwähnenswertes passiert. Aber, bis es soweit ist, hier nochmal ein bisschen Bärenmaterial. Mir ist das einfach nochmal wichtig, nachdem ja wirklich Bären dieses Jahr gefühlt irgendwie präsenter waren als auch schon in der Medienwelt, wie ja auch den schlimmen Fall von einem getöteten Italiener durch Bär hatten und tatsächlich auch die Bärenpopulation im Alpenraum weiter ansteigt. Das ist einerseits natürlich irgendwo aus Naturschutzgründen erfreulich, das ist andererseits aber auch ein Punkt, wo man sich halt nochmal Gedanken machen kann, nicht muss, aber kann, was eigentlich passiert, wenn mal so ein Bär nach Deutschland kommt. So, dass der aus dem Osten kommt, ist hochgradig unwahrscheinlich, aber aus dem Süden, das ist durchaus vorstellbar, so und wenn er aus dem Süden nach Deutschland kommt, dann muss er logischerweise durch eins von zwei Bundesländern, nämlich entweder Baden-Württemberg oder eben Bayern. So, da Bayern jetzt nochmal eher Zugangsmöglichkeiten für den Bär bietet, weil es da Bereiche gibt, wo man über die bayerische Grenze latschen kann, also als Bär, ohne großartig viel Menschkontakt zu haben und ständig von Straßen und sonstigem Zeug genervt zu werden, was in Baden-Württemberg schon der Fall wäre, also außer man schwimmt durch den Bodensee, aber selbst dann muss man ja erstmal zum Bodensee kommen und ja, da ist einfach die Besiedlung eine ganz andere, auch auf Schweizer Seite. Und ja, daher ist Bayern das mit Abstand wahrscheinlichste Bundesland, bei dem wir mal wieder einen Bär erwarten dürfen und nachdem es ja schon mal mit dem Bär in Bayern nicht so wirklich gut geklappt hat, wir erinnern uns an Bruno, das ist sicherlich noch jedem ein Begriff, hat sich da aber seit 2006 sogar, glaube ich, war das Bayern mal ein paar Gedanken zugemacht, was die eigentlich machen, wenn wieder ein Bär kommt und seitdem gibt es eben den Managementplan für Braunbären der Stufe 1. Stufe 1 heißt so viel wie, der Braunbär kommt nun mal kurz vorbei und wird wahrscheinlich wieder von alleine gehen. Das ist also für Länder bzw. Regionen gedacht, in denen das entsprechende Stufe 1 hier nur ab und an mal reinschaut. Zum Beispiel der Elch, der inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern immer mal wieder auftaucht, teilweise auch in Brandenburg, bzw. teilweise auch in Brandenburg, Brandenburg und Meckbom unterwegs ist, die haben da zum Teil bereits etablierte Streifgebiete und es sieht nicht mehr so aus, als würden die irgendwann nochmal zurück nach Polen wollen. In dem Fall handelt es sich um eine etablierte Elchpopulation und da wären wir dann schon bei Stufe 2 meistens, geht man davon aus, dass das dann schon so der Übergang zu Stufe 2 ist. Stufe 1 ist, das Tier kommt mal kurz an, latscht ein bisschen bei uns rum und wir können nicht sicher sagen bzw. dürfen davon ausgehen, dass es auch durchaus möglich ist, dass es ihm bei uns nicht gefällt und das Tier wieder abhaut. Das also ist noch Stufe 1 und auf dem Level befinden wir uns eben mit dem Braunbär bisher. Es kam noch nie vor, dass was anderes als Stufe 1 mit dem Braunbär stattgefunden hätte und drum geht auch dieser Managementplan davon aus, dass was mit Stufe 1 Braunbären die nächsten Jahrzehnte vielleicht noch zu tun haben werden. Sollte sich das ändern, bräuchte man noch einen Stufe 2 Managementplan, bisher gibt es den aber nicht. So, kurz zu diesen Bildern hier, das sind alte Dinger von irgendwann mal Arno dazu mal, ich weiß gar nicht mehr genau wann ich die aufgenommen habe, 2020, sowas um den Dreh, wahrscheinlich sogar 2019 und ja, ich verwende die einfach nochmal, damit ich hier nicht so ins Nix quatschen muss und ja, sie sind ja eigentlich immer noch, finde ich, ganz ansehnbar. Ich hatte außerdem noch die aktuellen Bärenaufnahmen, die kommen dann später von den Tanzbären, die ja sind aus diesem Sommer, also Tanzbären in Anführungszeichen, die kloppen sich im Pool, aber das seht ihr dann ja gleich und die Bilder hier, die jetzt meistens diesen kleinen Rad da leider im Vorfeld haben, die sind aus dem Wolfs- und Bärenpark Schwarzwald, eine sehr, sehr, sehr tolle Einrichtung. Da kümmert man sich quasi um sehr schlimm gehaltene Tiere, die unter miesen Bedingungen ein furchtbares Leben hatten und die werden dann aufgekauft, also gerettet gewissermaßen und dann, so gut es eben geht, eine Bäre in Gefangenschaft zu halten, dürfen sie dann hier im Wolfs- und Bärenpark leben unter wirklich sehr, sehr guten Haltungsbedingungen, aber das muss ich jetzt nicht noch ewig lange ausführen, weil sonst ist die Zeit für diesen Beitrag auch schon wieder vorbei. Also das sind wirklich ganz großartige Einrichtungen, finanziert von der Stiftung für Bären, ganz tolle Sache, nur Lob habe ich dafür übrig, da gibt es wirklich nicht das Geringste daran auszusetzen. Ja, also das sind keine Wildfänge oder sowas, beziehungsweise teilweise schon, aber die Alternative ist jeweils der Tod. Also wenn die hier landen, dann ist das wirklich die bestmöglichste Option, die man irgendwie hatte. So, und ja, bei den anderen Bären, die dann gleich am Tanzen sind, die sind aus dem Tierpark Hexentanzplatz, sehr passend, nur sind es halt Bären, die tanzen und nicht Hexen und der ist bei Thale in Sachsen-Anhalt. Gut, jedenfalls, ja, hier kann man eben nochmal schnell sehen, dass es sich eben zum Teil um gestörte Bären handelt, die eben schwere Verhaltensstörungen aufweisen, die sich langsam legen, jetzt wo sie unter besseren Bedingungen leben können, auch unter ihresgleichen mit viel Platz, aber dieses Lecken an der Pfote hier beispielsweise ist noch ein Mechanismus, mit dem man Futter bekommen hat, weil das niedlich ist und die Leute ihm dann dem Futter zugeworfen haben und damit wollte er eben menschliche Aufmerksamkeit erregen. Das macht er bis heute, ob er es jetzt heute noch macht, weiß ich nicht, aber zumindest bis vor ein paar Jahren hat er das noch so gemacht, um eben dann auch die Aufmerksamkeit der Leute am Zaun zu erregen, die ihm natürlich kein Futter zuwerfen im Wolf- und Bärenpark, aber ja gut, so ein Park muss sich auch irgendwie finanzieren und deswegen müssen die Bären halt auch für den Zuschauer zugänglich sein, weil das Ganze nur aus Steuermitteln zu bezahlen, gut, das wäre auch theoretisch denkbar, aber naja, so funktioniert die Welt halt nun mal eher selten. Gut, also, zurück zum Thema Braunbär, der nach Deutschland kommt und wenn er nach Deutschland kommt, dann eben nach Bayern. So, und da gibt es jetzt eben diesen Managementplan für Bären in Bayern und der geht davon aus, dass wir, wenn wir mal Bären in Bayern bekommen, diese zunächst mal beobachten. Ja, das ist also Schritt 1. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass der Bär nach §10 Absatz 2 Blablub und so weiter Bundesnaturschutzgerät, Gerät, genau. Eine besonders streng geschützte Art ist, die sich in Anhang A der Verordnung, EG, Blablub und so weiter und so fort und Anhang 4 der FFHRL-Richtlinie befindet. Also, zusammenfassend kann man sagen, international ist der Braunbär überall auf dem Planeten, wo er vorkommt und nicht sehr, sehr, sehr häufig ist, so häufig, dass man wirklich überhaupt keinen Schutz braucht, automatisch streng geschützt und darf nur, wenn es unbedingt erforderlich ist und die akute Bedrohung von Menschenleben im Raum steht, nur dann darf der Braunbär entnommen werden. Wenn er entnommen wird, soll das bitte häufig eine, ja, lebendige Entnahme sein, bedeutet betäubt und dann zum Beispiel in so einen Park hier kommen oder, ja, wenn es gar nicht anders geht, dann die letale Entnahme, also auf gut Deutsch der Bär wird getötet. Das ist aber nur in absoluter Ausnahme möglich und wirklich nur dann, wenn man keine andere Möglichkeit sieht. So, und das bedeutet, dass man jetzt eben, falls der Bär mal vor zu Besuch kommt, erstmal beobachtet. Um schnell beobachten zu können, gibt es in Persona 2, die gibt es bis heute, bayerische Bärenmanager. Ja, die haben hauptberuflich die Aufgabe, sich eben um Bären zu kümmern. Jetzt ist aber die meiste Zeit gar kein Bär in Bayern, um den sie sich kümmern könnten. Deswegen sind sie, das wusste man auch, da wollte man also Geld sparen, sind sie auch ins österreichische Bärenmanagement integriert und sind quasi grenzüberschreitender Teil der österreichischen Bärenanwälte, die heißen so, und kümmern sich mit denen zusammen quasi um die österreichischen Bären, aber die zwei sind halt speziell von Bayern dafür bezahlt, dass sie das die ganze Zeit bei den Österreichern machen, um zu lernen, wie das geht, um immer up-to-date zu sein und um Erfahrung mit Bären zu sammeln und dann halt eben wirklich vom Fach und bereit und ausgebildet und erfahren zu sein, falls es in Bayern mal notwendig ist. Finde ich eigentlich prinzipiell erstmal eine gute Idee. So, und jetzt kommt da also tatsächlich mal so ein Bär nach Bayern und dann setzt als allererstes das sogenannte Monitoring ein. Die zentralen Aufgaben der Bärenbeauftragten in dieser Stufe 1, also der Bär ist nun mal eben kurz da und wir gehen nicht davon aus, dass er je ewig lange bleiben wird, aber trotzdem intensives Monitoring eines zugewanderten Bären, Funktion als kompetenter Ansprechpartner vor Ort, also die Bärenmanager sollen das machen, das heißt, die müssen auch dahin, wo der Bär unterwegs ist und dem Bär quasi hinterher reisen durch Bayern, wo der halt auch immer rumläuft. Wenn er nicht besonders weit kommt, ist das einfacher, wenn er eine größere Strecke zurücklegt, dann wird das umständlicher, aber das wäre eigentlich schon der Plan des Ganzen. Sie gucken sich Schäden, die der Bär verursacht, an und beschließen dann, dass diese jeweils ausgeglichen werden. Dafür gibt es auch bis heute den Wildtierfonds Große Beutegreifer. Das ist ein Topf mit Geld, mit dem man halt eben Schäden, die Große Beutegreifer verursachen, bezahlen kann. Das ist übrigens ein Übereinkommen, dass das wohl doch sinnvoll wäre. Das hat viel mit den jeweiligen Bundesumweltämtern, also deutschlandweit, zu tun. Es gibt grundsätzlich keine Pflicht, dass der Staat Schäden durch Raubtiere ausgleicht. Das wissen viele nicht. Man hat so irgendwie das Gefühl, das muss so sein, dass der Staat sofort zahlt, wenn irgendein Raubtier irgendwo ein Schaf risst oder ähnliches, oder einen Bienenstock ausräumt oder sowas in die Richtung. Nö, da gibt es keinen gesetzlichen Anspruch dafür. Allerdings sind eben die Naturschutzämter deutschlandweit der Meinung, dass es durchaus sinnvoll sei, zur Akzeptanz großer Beutegreifer, deren Schäden eben auszugleichen. Dafür ist dann eben dieser Geldertopf da, aus dem das dann übernommen wird. Und ob da jetzt bezahlt wird oder nicht, das entscheiden tatsächlich die Bärenbeauftragten. Ja, und das ist im Grunde erstmal die wesentlichen Punkte, wenn der Bär mal eben über die Grenze kommt. Also zu wissen, wo er ist, hinterherreisen und mit den Leuten vor Ort reden, wo der Bär gerade ist und sollte er finanzielle Schäden verursachen, dann eben darum kümmern, dass diese ausgeglichen werden. So, interessanter wird es dann, im Regelfall wäre es dann so, dass der Bär irgendwann wieder zurück über die Grenze marschiert, zurück nach Österreich und in dem Moment sind wir schon wieder nicht mehr zuständig. Dann ist das das Problem von unseren Nachbarn. Ist ein bisschen doof, aber tatsächlich, ja, wir leben halt nun mal in einem Nationalstaatensystem, in dem sowas eine größere Rolle spielt, auf welcher Seite der Grenze sich der Bär gerade aufhält. Dem Bär persönlich wird das scheißegal sein, aber ja, so ist es nun mal. Spannender wird es also jetzt, wie gesagt, wenn der Bär besondere Verhaltensweisen an den Tag legt. Wir erinnern uns vielleicht an Herrn Stoiber. Herr Stoiber hat uns da mal was erzählt vom Schadbär und vom Problembär und der gewöhnliche Bär ist im Wald und geht da nicht raus. Und solch wichtige Weisheiten von Stoiber damals. Im Laufe der Jahre erscheint mir Stoiber irgendwie gar nicht mehr so schlimm, wenn man sich anguckt, was heutzutage ist. Aber lassen wir das. Egal, jedenfalls, diese berühmte Bärenrede ist ja schon ein bisschen lustig geworden. Man geht heutzutage nicht davon aus, dass es Schadbär und Problembär und so ein Zeug, das gibt es alles nicht. Es gibt verhaltensauffällige Bären. Also verhaltensunauffällige Bären ist der stinknormale Bär, der einfach das tut, was ein Bär so tut und vor Menschen die erforderliche Scheu hat, die wir gerne hätten, die er von uns hat. Und ein verhaltensauffälliger Bär ist dann ein solcher, der halt eben diese Scheu vor Menschen, diese gesunde Vorsicht, was ist denn das für ein seltsames Wesen, da halte ich mich mal lieber von fern, das nicht mehr an den Tag legt. Und je nachdem, wie stark diese Scheu verloren geht, desto problematischer wird das. So, und dafür gibt es jetzt eine Tabelle. Und da ist sie auch schon, besagte Tabelle. Und die starren wir jetzt interessiert ein paar Minuten an. Da stehen nämlich wichtige Dinge drin. Also, im Wesentlichen, also die ist jetzt aus eben diesem Managementplan für Bären der Stufe 1 in Bayern. Und zwar haben wir hier aufgelistet von, ich sag jetzt mal, weißlich über etwas bräunlicher, dann noch ein bisschen bräunlicher und dann definitiv braun. Und ihr seht es schon in der zweiten Spalte, ungefährlich bis sehr gefährlich. Und da gibt es jetzt da hinten dran dann die entsprechenden Maßnahmen, die einmalig passieren sollen. Und zusätzlich, wenn der Bär das, was er ganz links gemacht hat, wiederholt, nochmal zusätzlich erfolgen sollen. Das ist mehr oder weniger die erweiterte Fassung der Version, die die Österreicher um so 2006 rum hatten. Inzwischen haben die Österreicher bestimmt nochmal was ein bisschen Detaillierteres und vielleicht noch ein bisschen Erweitertes. Ich habe leider nichts Aktuelles gefunden. Ich habe aber auch nicht allzu lange danach gesucht. Für uns nicht so relevant, was die Österreicher machen, sondern eben, was tatsächlich eben der bayerische Plan ist. Und das ist nach wie vor dieser hier. So, und die wollen wir jetzt doch einfach mal spaßeshaber ein bisschen durchgehen, diese Situation. Man kann das, was hier steht, das ist ganz wichtig, das könnt ihr euch also gleich mal vielleicht merken, wenn ihr Lust habt, auf fast jeden Großpredator weltweit übertragen. Also gerade Großpredatoren, die potenziell von ihrer Statur her, also zum Beispiel ein Tiger meinetwegen, eigentlich nicht davon ausgehen müssen, dass so ein kleiner Homo sapiens denen gefährlich werden kann. Mit Waffe, keiner hat das natürlich, das wissen wir alle, aber prinzipiell erstmal nicht. Oder auch Elefanten, die verhalten sich anders, weil sie kein Fleischfresser sind und niemanden umbringen und dann auffressen, jedenfalls nicht standardmäßig. Aber grundsätzlich kann man sehr, sehr vieles hiervon auf verschiedenste andere, große, potenziell gefährliche Tiere übertragen. Und deswegen ist es vielleicht auch von allem ein bisschen allgemeinem Interesse. So, also, Verhalten des Bären, zufälliges Zusammentreffen auf kurzer Distanz, Bär flüchtet sofort. Das ist generell wichtig, egal wie problematisch ein Tier ist. Viele Tiere haben aufgrund von Instinkt das Gefühl, dass wir irgendwie ein bisschen sehr seltsam sind und uns grundlegend anders verhalten als jedes andere Tier, das draußen in dem Wald so anzutreffen ist oder in sonstiger Form von Naturlandschaft. Und da sind wir vielen Tieren nicht koscher. Und das ist auch gut und richtig so. Und so muss es auch sein, weil eben in dem begrenzten Raum, zu dem wir die Erde gemacht haben, ist es halt wichtig, dass ein Zusammenleben von Mensch und Tier nur mit einer gewissen räumlichen Trennung, also von Wildtier und Mensch, nur mit einer gewissen räumlichen Trennung funktionieren kann. Also, er wird gesehen, er haut ab. Richtet er sich bei Sichtung auf? Häufig wird das dann schon als aggressives Signal gewertet. Und hier ist es also wichtig, dass diese Tabelle da auch nochmal drüber aufklärt. Nö, der Bär stellt sich hin, weil er dann besser gucken kann. Das ist auch schon alles. Er kann auch besser riechen. Er hat die Nase mehr in der Luft. Das muss noch überhaupt kein aggressives Verhalten sein. Der hat einfach die Möglichkeit, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Und warum soll er das dann nicht einfach mal tun, wenn er dann besser sehen und weiter gucken kann? Wir machen das schließlich auch ständig. Uns auf die Hinterbeine stellen. Bär macht Schaden abseits von Menschen. Auch hier sagt man, dass das noch völlig ungefährlich sei. Und das kann dem Bär auch nur sehr begrenzt vorgeworfen werden. Weil wenn der irgendwo draußen irgendwas findet, was kaputt gehen kann, wenn es sich der Bär näher anguckt, und er guckt es sich näher an und macht es kaputt, woher soll der Bär denn bitte wissen, dass das wem gehört? Der hat ja keinen Begriff von Besitz oder jedenfalls vielleicht schon ein Stück weit, aber jedenfalls nicht im Sinne von, irgendjemand hat sein Zeug draußen liegen lassen und das gehört jetzt nicht dem Bär, wenn er es findet. Das kann der niemals verstehen. Und das bedeutet noch lange nicht, dass ein Bär, der meinetwegen Bienenstöcke irgendwo im Walde, an der Waldwiese kaputt macht, daher deswegen irgendwie gefährlich für Menschen wäre. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und ein komplett unterschiedliches Konzept, auch für den Bär, für die Wahrnehmung des Bären, was er da eigentlich gerade macht. Da hat jemand einfach Futter hingestellt. Das ist wie eine natürliche Futterquelle, ob der jetzt einen künstlichen Bienenstock vom Imker plündert oder tatsächlich natürliches Vorkommen von Bienen und sich da den Honig, beziehungsweise die Bienenlarven, die mag er auch sehr gerne, holt. Das ist für den Bär einfach einem dasselbe. Drum kann man ihm das auch wirklich nicht übel nehmen. Bei Wiederholung steht hier jetzt SP. SP ist Schadensprävention. Man möchte natürlich nicht, auch aufgrund dessen, dass es nicht zu schlechter Laune gegenüber dem Bären kommt, und möchte man natürlich nicht, dass der Bär ständig jeden Bienenstock, den er irgendwo draußen im Wald finden kann, plündert. Und beziehungsweise wenn er das tut, okay, aber dann muss man die Schäden zumindest reduzieren. Schadensprävention, prä, also vorher, bedeutet, dass man versucht, das zu verhindern. Soll heißen, man müsste hier jetzt also aus dem Schadensmilderungsfonds für Wild-Großraubtiergedöns, ne, Großbeutegreifer, also diesen Geldtopf, den ich eben angesprochen hatte, aus dem müsste man dann entsprechend Gelder entnehmen, um dann zum Beispiel dem Imker dafür zu entschädigen, dass der jetzt halt ein bärensicheres Bienenhäusl oder was errichtet. Und dann steht hier in Klammer noch V. V wären Vergrämungsaktivitäten, die sind hier absichtlich in Klammer gehalten, weil da müsste es schon ein sehr starker Fall und ein sehr häufig wiederholter Fall von Bärmach-Scheiden abseits von Menschen sein, dass man da wirklich über Vergrämung nachdenkt. Zur Vergrämung gleich noch mehr. So, Bär kommt in die Nähe abgelegener Häuser, da muss man dann langsam anfangen, ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu richten und Schadensprävention zu betreiben, im Sinne von, dass er in abgelegene Häuser kommt oder direkt ganz massiv dauerhaft in die Nähe von abgelegenen Häusern. Aber prinzipiell ist man auch nicht gefährlich, insbesondere wenn diese Häuser nicht bewohnt sind. Mensch trifft Bär auf kurze Entfernung und Bär flüchtet nicht. Spätestens ab hier wird es jetzt wirklich spannend, weil damit nimmt der Bären Mensch zumindest nicht als Bedrohung wahr. Vielleicht als nicht weiter wichtig und möglicherweise auch als keinen Grund jetzt den Bär, den Mensch irgendwie anzugreifen und vielleicht nimmt er den Mensch einfach als Tier, das halt auch da ist, das für ihn aber aus Beute nicht wirklich in Frage kommt, war. Also eigentlich noch harmlos, aber das kann sich ja noch verändern. Und wenn der Bär eben häufiger nicht flüchtet, wenn er mit Menschen Kontakt hat, dann sollte man dem Bär, und da kommen wir jetzt in die letzte Spalte, V, Vergrämung, beibringen, dass es halt vielleicht doch keine schlechte Idee ist, vor dem Menschen zu flüchten, weil einfach zur Sicherheit von uns Menschen und zur Sicherheit von dem Bär, weil wenn der Bär mal ganz unten hat, einen Menschen getötet oder schwer verletzt, dann stehen hier nur noch Es und das ist Entnahme. Und da wollen wir ja nicht, dass es hinkommt. Davon abgesehen wollen wir nicht, dass jemand vom Bär schwer verletzt oder getötet wird. Und darum muss man rechtzeitig anfangen, Vergrämungsmethoden einzusetzen, in der Hoffnung, dass diese dann frühzeitig eben auch noch funktionieren. Also nehmen wir mal an, der Bär hat jetzt wirklich nur zwei, drei Mal Menschen getroffen und ist nicht geflüchtet und fühlt sich vielleicht in der Situation, das wissen wir nicht, das weiß nur der Bär, trotzdem ein bisschen unsicher. Aber sobald man ihn dann beim nächsten Kontakt mit Menschen, mit Gummigeschossen zum Beispiel beschießt, dann wird er relativ schnell begreifen, okay, nee, diese Menschen, ja, nee, da halte ich mich doch besser von fern. So sympathisch sind die mir jetzt eigentlich gerade nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, Bär startet Scheinangriff. Könnte man jetzt meinen, oh Gott, das ist ja schon super, super gefährlich. Ja, nicht für den Bär. Aus Sicht des Bären, der Bär weiß ja, dass er nur einen Scheinangriff startet. Wir wissen das nicht. Für uns ist das alles ernst und wir haben keine Ahnung, ob es ein Scheinangriff ist. Die allermeisten Runs vom Bär in Richtung Menschen, zum Beispiel in Kanada, wenn da so zwei Leute rumlaufen, sind fast immer nur Scheinangriffe. Und das kann man eigentlich nur dann wissen, wenn der Bär in einer vernünftigen Distanz zum Angegriffenen wieder aufhört. Hat man in dem Moment das Pfefferspray in Reichweite beziehungsweise ready und kann in jedem Moment das Ding loslassen, sobald der Bär wirklich zu nahe kommt, ist das alles überhaupt kein Problem. Der Bär ist nicht verletzt worden, er wurde noch nicht mal gefeffert und niemand sonst ist verletzt worden und der Bär hat einfach nur gezeigt, dass er weiß, dass du da bist, dass er Respekt vor dir hat und gerne möchte, dass du wieder gehst. Das ist durchaus legitim. Und prinzipiell also wirklich hier das Vergrämung, wirklich auch nur in Klammer, in der Bärenpsychologie sozusagen ist so ein Scheinangriff viel weniger schlimm, als man das im ersten Moment vermuten würde. Das ist wirklich was, das machen die sehr schnell, sehr häufig und ist ganz normales Verhalten für einen Bär. So, Bär folgt Menschen in Sichtweite aus Neugierde. Ja, da sollte man dann eben auch aufpassen. Das wollen wir einfach nicht, dass er das tut. Wenn er das nur aus Neugierde tut, ist das eigentlich auch wieder ein ganz normales Bärenverhalten. Die suchen ja überall nach Fressbarem. Die sind sehr, sehr flexibel in der Wahl des Futters, in der Wahl des Essbaren und daher ist es für die nur natürlich, wann immer irgendwas Neues passiert, sich das mal näher anzugucken, in der Hoffnung, dass dabei vielleicht eventuell was zum Mampfen mal rauskommt. Aber auch hier, wenn das häufiger vorkommt, müssen wir jetzt schon rechtzeitig präventiv sozusagen mit Vergrämungsmaßnahmen starten. Vergrämungsmaßnahmen, muss nicht unbedingt die Schrotflinte mit dem Gummigeschoss sein, damit musst du auch erstmal treffen und musst erstmal jemanden da haben, der das Ding dann überhaupt bedienen kann und, 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 und. Elektrozaun beispielsweise. Schlicht und ergreifend, Elektrozaun wäre da schon eine Möglichkeit, insbesondere im Schutz von Gebäuden oder im Schutz von Dörfern, im Schutz von Weidetieren, Bienenstöcken, etc. pp. Kann man da schon sehr viel in die Richtung machen. Wer sucht Futter beziehungsweise macht Schäden und unmittelbarer näher bewohnter Gebäude oder wer sucht Futter beziehungsweise macht Schäden am Rand des geschlossenen Siedlungsgebiets. Hier kommen wir jetzt in den Bereich, wo man auch schon Schadensprävention, natürlich, wenn er Schäden macht oder wenn er sich eben der Siedlung nähert. Das wird immer kritischer. Also hier steht zwar immer noch nur kritisch verlangt Aufmerksamkeit, aber es kommt natürlich auch darauf an, ob er Sachen weiter oben auch schon gemacht hat. Auf das Gesamtverhalten des Bären kommt es an. Und je mehr der eben zeigt, dass ein Mensch zumindest nicht mehr als Bedrohung, sondern einfach nur als einfach so da ansieht, desto mehr sollte man hier eben zu V tendieren. Und zwar eben im großen Umfang V und dann notfalls auch mit großem Aufwand. So ein großer Aufwand bedeutet jetzt, dass da die beiden bayerischen Bärenbeauftragten dann auch nicht mehr ausreichen, sondern da eben im Rahmen zur Zusammenarbeit auch die Kollegen aus Österreich da noch mit hinzugezogen werden. Und man dann also eine ganze Truppe von Bären-Experten, die eben auch im Vergrämen von Bären Erfahrung haben und die dann halt durch Bayern-Strohmann hoffentlich genau wissen, wo der Bär ist und versuchen, den Bär dann wieder loszuwerden. Man kann übrigens den Bär auch mal kurzfristig einfangen, wenn man es dann schafft, ihm ein Sendehaltband oder Ähnliches verpassen, um ihn dann weiterhin später besser monitoren zu können. Und davon abgesehen, mal vom Menschen eingefangen zu werden und gewogen, gepiekt, Blut abgenommen und so weiter und so fort zu bekommen, findet der Bär bestimmt auch nicht lustig. Auch das Einfangen als solches zum besseren Monitoring ist schon eine Vergrämungsmaßnahme, weil er dann merkt, oh, Menschen sind ja scheiße, die betäuben mich und dann pieken die mir Löcher in den Pelz. So, Bär dringt in geschlossene Ställe in Hausnähe ein, Bär dringt in geschlossenen Siedlungsgebiete vor. Da sind wir auf jeden Fall sofort bei Vergrämungsmaßnahmen. Wenn das wiederholt passiert, auch nur Vergrämungsmaßnahmen, in Anführungszeichen. Da ist eine Entnahme eigentlich noch nicht vorgesehen und das mag vielleicht ein Fehler sein. Also hier streiten sich die Gelehrten, warum denn da nicht mindestens noch in Klammern noch ein E hintendran steht, weil da wird schon möglicherweise brenzlig. Wenn ihn also auch die Menschenmehrheit, die da theoretisch unterwegs ist, auch wenn er die gerade nicht sieht, gar nicht mehr so abschreckt. Bei Wölfen sieht das anders aus. Wölfe in geschlossenen Siedlungsgebieten oder Wölfe in Hausnähe, das ist bei Wölfen inzwischen fast schon Standard. Deswegen gibt es aber trotzdem noch keine Empfehlung, da jetzt gleich aus der Haut zu fahren, in Anführungszeichen. Wird sich vielleicht in den nächsten Jahren da auch noch einiges tun, in Sachen Wölfe, die sich eben der Siedlungsnähe nähern oder wirklich einfach mitten ins Dorf latschen und solche Sachen. Einige Bundesländer haben da auch schon erste Schritte eingeleitet, dass es da Regelungen gibt, dass der Wolf dann also bereits zum Abschluss freigegeben wird, wenn er mehrfach zum Beispiel in geschlossenen Siedlungsgebieten vorkommt. Andere Bundesländer haben da noch nichts dergleichen. Ich hoffe, dass wir da vielleicht in ein, zwei Jahren, das wäre schön, mal eine bundeseinheitliche Regelung kriegen würden, weil in Gebieten, wo es jetzt schon viel Wolf gibt, ist das natürlich alles viel akuter, als in den Gebieten, wo wir erst sehr wenige Wölfe haben, wie bei mir zum Beispiel. Wir haben erst ein Rudel und vier territoriale Einzeltiere. Daher, ja, das ist noch recht überschaubar, wenn man sich da im Vergleich dazu Niedersachsen zum Beispiel anguckt, da sieht die Sache ganz anders aus. Gut, aber damit, wenn er das gemacht hat, ja, also entweder in Ställe eingedrungen, in Hausnähe oder in geschlossenes Siedlungsgebiet, ab da gilt er als gefährlich. Das ist also jetzt kein kritischer Bär mehr, sondern ein gefährlicher Bär. Und ab jetzt zählt, wenn wir ihn nicht vergrämen können, falls er was Gefährliches gemacht hat, ist er, wenn er das nochmal macht, zu entnehmen. Und er ist sofort zu entnehmen, egal, ob er vorher schon gefährlich war oder einfach, dass die erste Auffälligkeit ist, die von ihm vorkommt, sobald er in bewohnte Gebäudeteile eindringt, Menschen in Sichtweite, um den Menschen als potenzielle Beute auszutesten, ist natürlich ganz schwer, das zu beurteilen. Folgt der Bär jetzt den Menschen aus Neugier oder weil er ihn fressen möchte? Ganz schwer zu beurteilen. Das müsste also schon so sein, dass die Bärenbeauftragten das direkt sehen, dass es eine Handyaufnahme zum Beispiel gibt oder andere Kamera, die das dokumentiert, woraus man dann das Verhalten des Bären so ein bisschen abschätzen kann, was für eine Form von Bär-Mensch-Begegnung das jetzt hier eigentlich ist. Also schwierig, eher mehr theoretisch interessant. In der Praxis wird man das nicht wirklich auseinanderhalten können oder in vielen Fällen nicht eindeutig zuordnen, einfach weil auch das Bildmaterial dazu wahrscheinlich fehlt. So, und dann schließlich hat der Bär einen Menschen getötet oder schwer verletzt. Bei all diesen Sachen, bis auf das Allerallererste, wenn es zum ersten Mal vorkommt, ist dann gleich ein E vorgesehen, also die Entnahme. Nochmal, die Entnahme, die kann auch nicht letal erfolgen. Also der Bär wird nur betäubt und dann eben zum Beispiel in so einen Bärenpark verbracht, wie den, den wir schon gesehen haben. Und an dieser Stelle würde ich das auch nochmal jetzt hier die Tabelle wieder ausblenden wollen. Ja, und da wäre es jetzt also auch nicht damit getan, den Bär dann einfach wirklich einzufangen und woanders hinzubringen. Das hat man früher häufig gemacht. Das gilt heutzutage als, meistens klappt es nicht. Hin und wieder mag es funktionieren. Aber man hat früher zum Beispiel Bären eingefangen und sie ganz weit weggebracht, dass sie sich also ein völlig neues Revier suchen müssen. Aber die Erfahrung, dass es beim Menschen einfach Futter gibt, Mülltonne ausräumen, Bienenstock haben wir schon gesagt, aber vor allen Dingen Mülltonne ausräumen, ist für Bären natürlich hochinteressant. Je nachdem, was da reingeschmissen wird und viele von uns schmeißen ja immer noch viel zu viele Lebensmittel weg, findet er da hochenergetische Nahrung. Die schmeckt ihm sogar noch gut. Ein Bär hat gute Geschmacksnerven, der kann hochenergetische Nahrung auch herausschmecken. Deswegen steht er ja auch auf Bienenlarven in Honig zum Beispiel, weil das eben im Prinzip total die Power-Nahrung super, super interessant ist und das merkt der Bär eben, wenn er reinbeißt. Und für unsere Abfälle gilt das auch. Außerdem kann er, anders als wir, durch seinen hochentwickelten Geruchssinn eben ganz genau beurteilen, ob das, was da jetzt so ein bisschen komisch riecht, für uns komisch riecht, für ihn riecht es, aha, das ist zu 37% verdorben. Ich weiß, bis 36% verdorben kann ich noch essen, also rein damit. Und vielleicht hat er sogar eine Vorliebe für besondere Edelschimmel, die sich auf unserer Nahrung gebildet haben, die wir zu Recht als eklig identifizieren, aber er kann das exakt auseinander analysieren, dass ihm das nicht schaden würde. Davon abgesehen, so ein Bär hat auch einen robusteren Verdauungstrakt als wir und muss, was die Frischheit der Nahrung angeht, ja, da kriegt so schnell keiner Lebensmittelvergiftung. Da müsste schon einiges sehr, 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 sehr schief gehen. Einer der besten Nasen im Tierreich ausgestattet zu sein, ist in der Hinsicht wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, und damit haben wir es eigentlich. Jetzt habe ich doch länger gequasselt an so einem eigentlich als kurzes Zwischending geplanten Thema, aber die Tabelle braucht halt ein bisschen Zeit. Ich möchte noch mal betonen, das, was wir gerade besprochen haben, das gilt für fast jeden Großpredator, also auch in anderen Teilen der Welt und ist einfach State of the Art sozusagen von, ja, Maßnahmen, die man betreibt, wenn Großpredatoren irgendwie in die Gegend kommen. Und, nochmal, es funktioniert auch bei anderen großen Tieren, die potenziell gefährlich wären, theoretisch ein Elch. Da sind ähnliche Maßnahmen auch ganz hilfreich, wenn beispielsweise eine Elchbulle, während er brumpft, regelmäßig keine Scheu vor Menschen zeigt und Scheinangriffe auf dieselberen startet, zum Beispiel. Das kannst du eins zu eins auch auf einen Elch übertragen, auch da sollte man drüber nachdenken, einfach im Sinne von unseren Mitmenschen, zum Schutze unserer Mitmenschen, dann diesen Elch entweder zu vergrämen, dass er eben wieder Angst vor Menschen bekommt und wenn das nicht hilft, dann halt zu entnehmen. Also, und daher, das ist so eine ziemlich universell anwendbare Formel und vielleicht hilft euch das ja irgendwann im Leben mal weiter, wenn es mal am Stammtisch Gespräche darüber gibt, wie schlimm denn das damals war, als man den Bruno erschossen hat, obwohl man ihn auch hätte, ja, bestenfalls tatsächlich, lebend entnehmen können. So, und damit sage ich mal bis morgen, ein letztes Mal bis morgen und was da kommt, wisst ihr ja schon und ich hoffe, damit seid ihr dann einigermaßen zufrieden und ich werde mir dann auf jeden Fall mal ein paar Tage ohne Videoproduktion gönnen. Macht's gut! Vielleicht метad! Vielleicht ist es warm?